Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie beim Waschen Geld sparen können. Mit dieser Jumbo-Packung an 4,8 kg Teddymat Vollwaschmittel wurde dieser Stapel von 120 kg trockener Wasch einwandfrei sauber. Mit 100 g Teddymat Vollkup waschen Sie also rund 2,5 kg Trockenwäsche. Sie sehen an dem, wie wichtig das Dosieren ist. Aber wie macht man das richtig, Herr Martin? Auf der Teddymat-Packung zum Beispiel steht die genaue Dosierung abgestimmt auf den Kalkgehalt des Wassers. Und der ist ja in der ganzen Schweiz sehr unterschiedlich. Darum gehen Sie in Ihre Gemeinde und erkundigen sich nach dem Härtegrad von Ihrem Wasser. Dann können Sie auf dem Teddymat die genaue Dosierung ablesen und so viel Waschmittel sparen. Und mit dem richtigen Dosieren von den Waschmitteln leistet man ja auch noch einen aktiven Beitrag an den Umweltschutz. Was unternimmt dann Coop in dieser Hinsicht, Herr Martin? Sie wissen ja, zu viel Waschmittel bedeuten zu viel Phosphat. Und die tun den Gewässern nicht gut. Coop bietet mit dem Teddymat ein jahrelang bewährtes Vollwaschmittel für 40 bis 95 Grad, die entscheidend weniger Phosphat enthalten als andere. Aber wie ist das möglich? Nach intensiver Forschung ist es gelungen, dem Teddymat-Vollwaschmittel von Coop den Phosphatgehalt stark zu reduzieren, dank dem umweltneutralen Natrium-Aluminium-Silikat. Der natürliche Ersatzstoff enthärtet das Wasser genau gleich wie das Phosphat. Das ist ja prima. Dankeschön, Herr Martin. Sie sehen also, Coop unternimmt einiges für den Umweltschutz. Und falls Sie weiter noch ein Problem haben sollten, dann telefonieren Sie doch einfach an Coop, Wäschberatungsdienst, das Telefon 052 28 24 21. Bei Coop finden Sie natürlich für jedes Wäschproblem das richtige Wäschmittel. Denn Coop hat eine grosse Auswahl an bekannten Markenprodukten zu günstigsten Preisen. Bei den Vollwaschmitteln bis 90 Grad, zum Beispiel Teddymat, Dasch, Dixan, Farmers Best. Oder Multiniaxa, Omo oder Persil. Und bei den Vollwaschmitteln bis 60 Grad das Ariel, Genie oder das Maga. Aber auch bei den Feinwaschmitteln bietet Ihnen Coop eine grosse Auswahl, nämlich das Doranda ohne Phosphat, das Ambra oder das Express Liquide. Und Ihren Gewebverredner können Sie bei Coop unter diesen drei Marken auswählen. Teddydus, Comfort oder Quanto. Und auch Ihres Bleich- und Entfleckungsmittel finden Sie natürlich bei Coop, nämlich das Enka oder das Bionda. Sie sehen, bei Coop ist auch für Ihren Wäschtag gut vorgesorgt. So, das wäre es für heute. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch. Und die gleiche Zeit. Guten Abend miteinander. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch. Und die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020